Hallo Christian, hallo Harris und Servus James, willkommen bei unserem ersten Teamtraining. Die Feierchen sind wieder zusammen. Eine tolle Atmosphäre, ein toller Spirit und Teamgeist sind schon jetzt zu spüren. Ach, ich freue mich schon auf die kommende Saison und natürlich auf den Europapokal. Auf was freut ihr euch am meisten?